und 9 mm so nah jetzt auf den balkon da geht es in den lagerraum geben uns das weg auf dem balkon da geht es runter aufs dach ok alles wir nehmen zuerst mal hier das mit und gehen dahin jetzt dahin wo wir hin sollen das wäre hier ok bringen wir es doch einfach zuerst mal schön nach hause also nach hause heißt in den safe room denn unser inventar ist voll ich habe das gefühl so viel blaues kraut wie wir bisher gefunden haben ähm kombinieren könnten wir das potenzial fand ich bald gebrauchen und das verstauen wir ähm die verstauen wir mal nochmal ok das muss reichen aber wenn wir gerade schon hier sind und immerhin nach vier rumrennen fortschritte gemacht haben speichern wir das ganze auch mal schnell und gehen jetzt dahin zurück ok du bist da was sagt mir die kathleenraum die sagt da hinten ist eine tür und und nein mach doch und da sehe ich schon was ich brauche und da sehe ich schon jemanden den ich nicht brauche ok so viel dazu so großes zahnrad ok 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 tut mir leid du musst jetzt die flashbangs fressen von boy Okay, so viel dazu. So, jetzt haben wir zumindest mal für eine Minute Ruhe, aber auch ganz wenig Munition. Benutzen wir den. Ich glaube, ich werde noch gleich bereuen, dass ich die beiden erschossen habe. Okay, aber immerhin. Neues Kampfmesser. Und hier einen von den Scheißern. Und was haben wir hier? Verpacktes Elektroteil. Kann ich das untersuchen? So, das würde ich gerne auspacken. Und sehe, wir haben nur eins, aber wir brauchen zwei. Das heißt, wir gehen jetzt da oben, hier oben rum durch. Beziehungsweise wie voll ist unser Inventar? Tab. Da ist noch ein Slot frei. Das muss fürs erste reichen. Okay. Hier ist ein Shortcut. Okay, das ist einfach ein Durchgang, der nicht ganz so auffällig ist. Ähm. Gut. Okay. Ähm. Gut, mein Freund. Ähm. Mit dir möchte ich jetzt eigentlich nicht spielen. Wir kommen jetzt unten weiter. Wir können aber noch hier runter und gucken, was hier unten ist. Ähm. Ja. Gehen wir grad. Ich wollte eigentlich erstmal ein bisschen besser nach unten gucken. Okay. Die Tür. Okay. Heißt theoretisch, wenn ich das hier. Schließen würde. Würde ich das Feuer, den Helikopter löschen. Gut. Wäre jetzt nur die Frage, wie ich das schließen soll. Lied hier noch irgendwas? Da. Genau. Danach habe ich gesucht. Gut. Dann fühle ich mich gleich nur noch halb so scheiße. So. Dann haben wir ihn im Moment erreicht, wo unser Ventar voll ist. Und hier ist der Helikopter. Wie genau kann ich da rangehen? Nehme ich hier Schaden? Nein. Okay. Das heißt, wenn ich hier den Helikopter, wenn ich da den Helikopter leuchte, kann ich hier rum nochmal zurück. Dann gucke ich mal noch kurz, wo die Treppen runter führen. Schreck mich doch nicht so. Ach. Du Scheiße. F**k it. Okay. Ähm. Nein. Okay. Das geht ja noch. Das hat sie jetzt davon, dass sie mich einfach so anschreit. Dann ist der Heizraum. Da liegt noch einer. Okay. Gucken wir jetzt mal kurz hier hinten unten. Okay. Heilung. Spreit auch nicht so. So. Okay. Gut. 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 Gut.